vor allem der wagen beschleunigt das auch irgendwie so schnell wie konnte ich noch mal hochschalten das war aber dann nur für drag rennen rennen genau in den bergen soll ich noch ein rennen machen aber auch nur in den bergen das noch das finde ich aber gut gemacht dass man erst die karte erkunden muss um schnell reisen zu machen es wäre echt langweilig wenn man die ganze zeit schon so sich alles durch kräftig reisen könnte auf die aufnahme läuft und tatsächlich das wird sie die folge dann auch wenn ich alles vorab aufnehmen weil die beta relativ schnell endet ich werde das halt jeden tag eine folge 20 minuten aufteilen wie ihr das gemerkt habt jetzt was ist das hier präzision geht einfach nur weiter ich bekomme gleich noch silber nein ich bekomme silber habe ich gold bekomme ich nicht mehr außer kontrolle aber was bekomme ich denn für silber reifen und was für ein bonus bonus bremsen oh ha plus neun nice geil so auf dem weg zu meinem ziel in was 13 kilometer hoffentlich gibt es da highways hin und mit 80 durch gelände habe ich keinen bock diese ganzen 13 kilometer da rum zu kurven leute macht platz hier kommt ein 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 kann auch nicht kann ich sagen jemand der sein wagen kaum unter kontrolle hat oder wie nick obwohl es geht eigentlich gta kann ich besser fahren aber hier vor allem wenn die händlinge in gta 4 zum beispiel so eingestellt ist wie ich sie haben aber das ist immer so geil das gedrifftet der beschleunigt schon viel viel besser als zum anderen immer diese sprachfehler ich hasse sie bestand ich jetzt schon viel viel besser wie am anfang oh mein gott oh mein gott oh mein gott geisterfahrer von tour 8 kilometer sind es noch was ist da vorne ist das ein jump wenn der slalom wenn der slalom ist habe ich darauf keinen bock egal mal schmidt mir ist mal egal ich bekomme ja da leistungsteile für also ich bin auf jeden fall noch vor dem goldmedaillengeist es ist immer schwer einzusehen und schwer zu fahren mit einem straßenwagen oder ne silber bekomme ich nicht mehr scheiße das ist so schwer zu fahren leute so schwer was ist denn das getriebe was auch immer differenzial vielleicht keine ahnung auf jeden fall wieder mehr leistung im gegensatz am anfangs schon spürbar aber immer so immer so ein kleines bisschen das bringt auch nicht so viel das ist wieder slalom ach so ich muss so da dran vorbeifahren ah das ist ja easy aber ist schon cool mit dem minispiel wenn man das einmal raus hat dann schon ganz geil nein verschwinde nein 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 den kriege ich den kriege ich ja willkommen ich bekomme die goldmedaille noch wenn ich ja ja gold 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 brems 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 ja ja so wie ich die bremsen bekomme bonus acceleration also beschleunigung und weiter um drei kilometer und erst mal hier rechts zu auf die black hills aber die gegen ich weiß nicht ich mach ich nehm die geländeklasse noch nicht auf jeden fall die landschaft ist so geil gemacht das ist das ist einfach so der hammer was heutzutage alles so möglich ist mittlerweile so eine riesige map das ist so geil sober bokse habe ich da schon mal Gold bekomme ich auch noch Ja Und ich fahre aber erstmal dafür in den Fluss Geil Gewichtsreduzierung bekommen Mit Bonus Grip Geil Jetzt kann ich hier das hier direkt machen Cool Mountain States Äh, ich hätte auch einfach wechseln können Wofür brauche ich dann dann Den Wagen Okay Okay Benchmarked the time on this run before I just need to know how the truck performs So don't hold back Alles klar Das ist cool So eine Schneise hier Hier drin Geile Sache Oha Alter Ja genau Back on the Out air Kann man ja gar nichts machen Wenn man einmal feststellt hat man die Arschkarte gezogen Ich habe einfach mal hat sich den Stein durchgebacken Ich weiß nicht ob ich das so kriege Ich habe 300 Meter Ich habe 300 Meter Ja ah, jetzt muss ich gehen Da vorne ist ein Bär Aber ich habe das so Aber ich habe das so Läuft So wie die Aufnahme Silber Aber wenn mir diese eine Fehler nicht passiert hätte ich sogar Gold bekommen Geil Returning to free drive Okay Okay Die Wagenwechsel ist hier auch immer geil aus Okay Ich mache mich auf den Weg Was heißt ich mache mich auf den Weg Ich kann das direkt machen Yay Ich habe einen Plan, der sicher ist, um mir meine V4 zu bekommen Und wenn das passiert, dann bekommst du deinen Rink Was ist das? Ich habe eine Länge auf einer wirklichen exotischen Runde, die aus Europa Wenn du es nimmst, dann wir es an einem 510 Brass geben, dann sind wir fertig Sag mir, woher zu sein Ich brauche dich, um dich zu移ern Wir brauchen eine Test-Drivers-ID und er ist im Flugzeug Okay Die ist so ohne irgendeine Identität Alter 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 Den soll ich töten, oder was? Oh Mann Alter So gefährlich hier auf dem Airport Der war geil Einfach mal... Ist das ein Charger? Ich weiß es gar nicht Den einfach mal richtig heftig da rausgekickt Okay, jetzt kommt noch ein Rennen dazu Okay, jetzt kommt noch ein Rennen dazu Ich soll jetzt mit einem Fort GT fahren? Alter Unterwegs Auf 300 Auf 300 Oha Ist trotzdem immer knapp 320 Alter Ist das knapp 320 340 Alter Und ich muss noch mehr als 4km aushalten Die Zeit verbessert sich auf jeden Fall Um einiges Die Zeit verbessert sich auf jeden Fall So, immer wieder am Anfang der Agraden los Und wenn ich auf 340 komme Dann bekomme ich viel mehr Zeit Viel viel mehr Ist ja auch nicht so schwer Ja Da braucht man ja nicht gut drin zu sein Das ist relativ easy War Bin ich fertig? Ne, ich müsste irgendwie noch was machen Alter Geiler Scheiß Alter Die können mir Die kommen mir doch im Leben eigentlich nicht hinterher Die sind Die müssen doch viel viel langsam sein So, und schon bin ich draußen Aber der Heddy weg, der Heddy kommt, der Heddy kommt, der Heddy kommt Alter Der Heddy sieht uns Äh, wie kann ich den Heddy ausschalten? Das ist jetzt gerade mal irgendwie mein größtes Problem Das ist auch so ne Sache ey, mit nem Ford GT einfach mal hier mitten übers Feld Boah Leute, wie hänge ich diesen scheiß Heli ab? Oha, man ist nur am Rutschen Das ist echt so übel Oha, aus diesem Scheiß Heddy kommt man ja nie Auch wenn der Wagen ja jetzt schon fast auseinander abhüllt Alter, wie schnell Wie schnell sind die denn? Und ich hab das Problem Ich hab Slicks auf dem Also Slick Reifen Das sind so ganz glatte Reifen Die nur für Straße gedacht sind Für trockene Straße Und ich muss hier die Verfolger damit abschütteln Ich glaub ich muss einfach nur ein bisschen schneller beschleunigen Boah, der Heddy ist zu schnell Mann ey Aber das ist krass Dann haben wir jetzt 300 Ja, geschafft! Endlich! In einer halben Ewigkeit Aber dafür sieht der Wagen auch dementsprechend aus Aber Gold Und was für ein Bonus? Ah Grip Dafür bekomm ich nur plus 3 Für die ganze Aktion Alter